Was ist oder sind deine Top-Learnings in 2023? Meine Top-Learnings in 2023 sind tatsächlich... Heute im Podcast erneut Anatoly Feldbusch von Feldbusch Immobilien. Heute wollen wir mal so einen Unternehmer-Real-Talk machen. Das hat sich viel getan, hat sich viel verändert. Wir wollen heute einfach mal so über die Herausforderungen, Challenges als Unternehmer sprechen. 2023, heißes Jahr. Auch natürlich die Challenge Zinswende, Zinskrise, wie wir es auch mal nennen wollen. Wie sieht es aus? Ja, erstmal danke, mal wieder hier sein zu dürfen, lieber Heinz. Wie sieht es aus? Ein turbulentes Jahr mit allen Höhen und Tiefen. Manchmal scheint es wieder Euphorie und plötzlich ist sie wieder weg. Also echt viele, viele Hindernisse und Herausforderungen. Und bei mir ist, glaube ich, ein Satz wirklich hängen geblieben irgendwann mal. Diamanten entstehen unter Druck. Den habe ich mir dann irgendwann mal wieder reingezogen und habe dann erstmal gecheckt, so okay, das ist aber gerade so eine Phase, wo man extrem unter Druck steht und gerne auch mal dazu neigt, irgendwo außen die Gründe und Ursachen für eine Sache zu suchen. und fast schon dazu neigt, einzukiehen und etwas, etwas, sage ich mal, es sich leicht zu machen. Die Schuld im Markt zu suchen, bei der Konkurrenz, bei Mitarbeitern am Ende des Tages. Und zu spät eigentlich erst drauf kommt, hey, eigentlich stimmt mit mir etwas nicht. Herausforderungen und Hindernisse sind eigentlich immer da. Und jetzt ist es halt einfach nur die Sache, dass man sich dem Markt anpasst. Also diese Anpassungsfähigkeit muss man auf jeden Fall mitbringen. In 2023 oder musste man mitbringen, je nachdem, wie es gelaufen ist. Was würdest du denn sagen, was der Grund ist, warum man so auf einmal, wenn mal was nicht gerade läuft oder Hindernisse da sind, wo man vielleicht jetzt nicht so direkt ad hoc eine Lösung für hat, dann, ich sag mal, Schuld ist ja eigentlich ein blödes Wort, aber trotzdem so ein bisschen sich auf das Außen zu fokussieren. Was ist das? Eigentlich Feigheit in meinen Augen, weil es ist halt einfacher. Es ist einfacher, es ist die Flucht vor einer Situation. Man kann immer sagen, der andere ist schuld und es ist unabhängig, ob das im Business ist, ob das ein Kunde ist, ein Mitarbeiter oder die Beziehung. Und in meinen Augen ist das Feigheit, einfach die Verantwortung da abzugeben und zu sagen, nee, der andere war es, ich bin ja hier das Opfer. Und dann ist es deutlich einfacher. Also wirkt es zumindest am Ende des Tages, kriegt man die A-Karte natürlich deutlich später. Die meisten checken halt eigentlich gar nicht, warum. Und hätten sie halt mal früher die Verantwortung für eine Sache übernommen und wären halt dann ursächlich in einem Prozess oder je nachdem, was es ist eben, würde es bestimmt anders laufen. Also schließe ich mich persönlich auch nicht aus. Die Frage ist ja, was bringt es auch, wenn ich hingehe? Ich meine, klar, ich kenne ja auch, dass wenn du auf irgendwas einen Hals hast oder irgendwas eben nicht rund läuft, klar, das ist immer naheliegend zu sagen, was weiß ich, der Kunde ist doof oder der Mitarbeiter ist doof oder was auch immer. Klar, du kannst nicht ganz ausblenden. Du musst dir schon anschauen, wenn du jetzt einen Mitarbeiter einstellst, musst du dir anschauen, ist der Mitarbeiter, hat er die Bereitschaft? Ist er fähig? Setzt er die Dinge um, die umzusetzen sind oder die Vorgabe des Unternehmens sind? Aber am Ende ist es ja wieder so, ich habe ihn ja ausgesucht. Ich habe ihn ja ausgewählt. Oder ich habe mich für den Kunden entschieden. Und nicht das Objekt hat sich für mich entschieden. Oder ich habe mich für den Verkäufer entschieden. Das ist ganz klar, also insbesondere bei Mitarbeitern. Ich finde ja ein Bewerbungsgespräch, das ist ja ein Trailer. Das ist ja nichts anderes. Das ist ein Trailer, wo man die besten Momente zeigt. Und der Bewerber zeigt halt die besten Momente seines Lebens und zeigt sich eben von der Schokoladenseite. So, ob der Film danach gut wird oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz muss man halt diese Skills entwickeln, aus diesem kurzen Augenblick faktisch. Man hat vielleicht eine Stunde im Bewerbungsgespräch auch wirklich die Fakten rauszulesen. Und ich habe auf dem Seminar von dir einen Spruch gehört und der hat sich bei mir wirklich in den letzten Monaten so eingebrannt. Look, don't listen. Er hat gesagt, den tutoviere ich mir irgendwann mal irgendwo hin. Und das ist halt tiefgründig, finde ich einfach, wenn ich sage, schau dir die Person mal an. Schau sie mal wirklich genau an. Und objektiv einfach. Nicht subjektiv irgendwie, was hat er für Haare oder was für eine Nase. Oder das spielt überhaupt keine Rolle. Aber die Geschichte dahinter. Da kommen ja ganz häufig so Sachen, ja, beim alten Arbeitsgeber ist es nicht rund gelaufen. Die anderen Mitarbeiter oder die Kollegen oder der Chef war immer so böse. Oder keine Ahnung. Und das sind eigentlich eindeutige Signale zu sagen, hey, stopp, der will nicht ursächlich sein. Der schiebt immer die Verantwortung ab. Und man muss halt hier verstehen, dass es der nicht ist. Leider neigt der Mensch in der Unerfahrung zumindest dazu zu sagen, oh, du Armer, komm, das schaffen wir zusammen schon. Und am Ende des Tages kriegt man das halt hinterher serviert. Und ich finde halt hier einfach wirklich einfach diese Betrachtung in einem kurzen Augenblick, also diese Skills zu entwickeln, um in einem kurzen Augenblick zu erkennen, ist das nicht. Und zurück eben zum Thema, ich habe ihn eingestellt. Ja, genau das ist es. Meine zum Teil Unfähigkeit bereitet mir später die Probleme und dann suche ich die Probleme bei diesem Mitarbeiter. Eigentlich war es ja mein Ding, ihn einzustellen, den in meinen Laden reinzulassen. Das ist genauso. Ich lasse ja auch nicht jeden von der Straße in mein Haus. Und wenn ich keinen Bock auf dem habe, dann trinke ich mit dem nach Feierabend kein Bier oder was auch immer. Und hier muss man halt dann genauso drauf schauen. Was halt für mich persönlich dieses Jahr so eine kleine Falle war und ich bin echt froh, dass ich aus diesem Schockkoma aufgewacht bin. Ich war genauso in der Spirale. Der Markt ist schwierig. Ich meine, es ist alles langsamer und hier und da. Und dann treten bei den Mitarbeitern in den Prozessen im Verkauf oder in der Aufbereitung halt immer wieder Probleme auf. Und ich habe mir gedacht, ja mein Gott, sind die alle blöd oder was? Ja, das kann doch nicht sein, dass da ständig immer wieder dasselbe Zeug denen auf die Füße fällt, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, dass eigentlich ich blöd bin und denen nicht die Richtlinien klipp und klar aufgeschrieben habe und gesagt habe, so wird es gemacht. Weil in meinem Universum, in meiner Welt ist das ja alles selbstverständlich. Es ist aber nicht für jeden selbstverständlich. Ja, also das sind Themen wie Ordnung, Pünktlichkeit oder auch im Verkauf zu kapieren, was eigentlich Verkauf ist und nicht da zu sitzen und zu warten, bis da über ImmoScout oder ImmoWelt mal eine Anfrage kommt. Ja, auch mal proaktiv dran zu gehen und an der Sache dran zu bleiben und Nein vielleicht in der ersten Instanz nicht zu akzeptieren und mal die Hintergründe für dieses Nein überhaupt rauszufinden. Vielleicht ist es ja ein lösbares Thema. Absolut. Und wenn man mal wirklich genau hinschaut, bleiben wir mal beim Thema Mitarbeiter, am Ende kommt man immer an den Punkt zurück, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Also dieses, ich stelle das immer wieder fest, dass gerade so überhaupt bei alltäglichen Dingen oder fahr auf der Autobahn und du fährst vielleicht ein bisschen Forscher, dann schert einer raus, ist doch eigentlich genau das Gleiche. Ja, du regst dich auf, aber hättest halt einfach auch ein bisschen defensiver fahren können, hättest du ein bisschen entspannter haben können oder hättest du dich nicht so aufregen müssen am Ende des Tages. Ganz klar. Und das sind halt unterm Strich die eigenen Stolpersteine oder die eigenen Hindernisse, die man sich selber aufbaut. Die man sich selber aufbaut. Also machen wir mal den Prozess alleine jetzt beim Makler, Verkäuferakquise, Einkauf und Verkauf. Ist doch genau dasselbe. Du fängst an, Akquise zu machen. Ob jetzt mit Mitarbeitern oder ohne Mitarbeiter, spielt doch gar keine Rolle. Du fängst an damit, du machst Aktivitäten, du machst sie aber nicht richtig. Wunderst dich dann nachher, warum funktioniert die Scheiße nicht. So, dann mach es doch richtig. Und wenn du keine Ahnung hast, wie es richtig geht, dann hol dir die Ahnung. Dann musst du auch dafür sorgen, dass du die Ahnung bekommst. Das ist alles, also nach dem Motto hier, ein Finger auf die anderen, drei Finger zeigen auf mich selber. Letztendlich, du bist es selber. Du stehst in der Verantwortung. Es ist deine Firma. Es ist auch der Steuerberater. Keiner wird am Ende des Tages so viel Acht geben auf dich, wie du auf dich selber Acht geben kannst, solltest und musst. Ganz klar. Oder? Ganz einfache Sache. Und beim Thema Akquise, Einkauf und Verkauf ist es eine ganz einfache Sache, wenn ich alleine überlege, wie viele Menschen sich, wie viele Makler sich nur für den Auftrag entscheiden, in der Hoffnung Zeit zu sparen, schnell, schnell und hinten raus aber das große Drama losgeht. So, aber wie macht man das denn jetzt, dass die Mitarbeiter funktionieren? Du hast gerade Richtlinien angesprochen. Was denn noch? Ganz klare, strukturierte Prozesse. Allgemein, sage ich mal, die auch für mich gelten, weil Wasser predigen und Wein saufen funktioniert halt da auch nicht. Gib mal ein Beispiel. Naja, wenn der Chef, sage ich jetzt mal, permanent selber kommt, wann er lustig ist, aber der von den Mitarbeitern einfordert, wenn er mal früher da war, dass die halt Punkt X Uhr da sind. Ja, das wird halt nicht funktionieren. Oder das Thema Ordnung. Ja, wenn mein Schreibtisch immer und permanent ausschaut wie Sau und ich meine Tasse in meiner Arroganz immer stehen lasse, die mir ja jemand wegräumt, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, dass der Mitarbeiter seine Tasse stehen lässt. Also eigentlich muss man da so ein bisschen, finde ich, von der Erziehungssache oder von der Erziehungsthematik rangehen. Am Ende des Tages ist es ja auch nichts anderes. Und wenn ich meine Kinder erziehe, ist es ja nicht von heute auf morgen geregelt. Den muss ich ja auch ab einem gewissen Alter, ja, am Anfang putze ich denen die Zähne, dann schaue ich drüber und irgendwann kann ich mich darauf verlassen, dass die morgens aufstehen, sich waschen und eben die Zähne putzen und das auch anständig machen. Aber das ist ja ein Prozess, der dauert. Ja, und hier muss man auch beim Mitarbeiter die Bereitschaft, finde ich, mitbringen, dass manche Sachen halt vielleicht ein bisschen länger in der Implementierung dauern, vor allem, wenn ich von vornherein gepennt habe, ja, die direkt klar aufzusetzen. Und das appliziert sich aber auch genauso, wie führe ich eine Besichtigung? Wie verhalte ich mich bei einem unangenehmen Kunden? Lasse ich mich da triggern oder kiehe ich ein und sage gar nichts mehr und lasse es mir gefallen, dass der mich da, keine Ahnung, beschimpft oder dass er mich richtig schön platt macht? Weil viele Menschen sind halt, leider Gott, es gibt ja eigentlich so zwei Optionen, finde ich, immer in der Besichtigung, wenn man auf etwas keine Antwort hat. Wenn man es halt nicht weiß, klar ist, man hat es verpennt am Ende des Tages. Gut, kann natürlich auch sein, dass das etwas ist, was eigentlich gar keinen interessiert und der an einem schlauen Ratgeber nachgelesen hat, das müssen sie fragen, um den Makler aus der Reserve zu locken. Und dann gibt es eben die Lösung, ich erzähle ihm Bullshit, das fällt mir dann später auf die Füße, ganz klar, der wird nicht kaufen und könnte theoretisch sogar, selbst wenn er kauft, dann zu erheblichen Problemen führen. Oder ich habe gar keine Lösung drauf, weiß ich nicht. Und ab den ersten, weiß ich nicht, gibt es dann wirklich Menschen, die dann sagen, ah, okay, was weißt du denn noch alles nicht? Und dann fangen die an, dich quasi mehr oder weniger fertig zu machen. Die bohren und bohren und bohren in deine Unsicherheit und das zerstört natürlich das Selbstbewusstsein, das ist ganz klar. Und hier sollte es einfach einen sauberen Prozess geben und dem Mitarbeiter muss auch in die Hand gegeben werden, wie er sich dann in so einer Situation verhält. Faktisch gesehen, klar, es ist Übung. Der steht da draußen an der Front und da fliegen halt manchmal auch Kugeln. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und da muss er halt dann diese Skills klar entwickeln, zu einem Teil mitbringen. Aber faktisch ist es meine Verantwortung, ihn da sicher in dieses Thema reinzubringen. Wenn du jetzt mal so auf das Jahr schaust, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum viele da draußen, Solopreneure, Einzelkämpfer, der typische Immobilienmakler eben irgendwie so alleine rum macht. Alleine sein Business macht und irgendwo, also ich sag mal, schon scheu Angst davor hat, Mitarbeiter einzustellen. Ist das denn jetzt wirklich so eine Raketenwissenschaft? Ist das denn jetzt wirklich so schwer? Wenn ja, warum? Oder warum nicht? Eine Raketenwissenschaft an sich ist es nicht. Die Scheu, Mitarbeiter einzustellen, hatte ich persönlich nie. Ich bin dann wie die Jungfrau zum Kind gekommen und im Nachgang habe ich mir gesagt, okay, hättest du mal lieber erstmal deine Hausaufgaben gemacht, bevor du den ersten Mitarbeiter eingestellt hast. Das muss man schon klipp und klar sagen. Was wäre denn diese Hausaufgabe? Die Hausaufgabe wäre mal zu definieren, diesen gesamten Prozess, wie ich zum Beispiel eine Immobilie aufbereite, wie ich dann eben die Vermarktung mache, wie ich das gerne hätte, mal niederzuschreiben. Oder das eben ins CRM-System, also halt zum Beispiel on Office oder whatever, zu implementieren, dass man einfach Regeln hat, wie wird es gemacht. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit Systemgastronomie. Wenn ich sage, bei McDonalds, ich kann in Hamburg, ich kann in Berlin, ich kann keine Ahnung wo zum Mac gehen und dann mir ein, ich weiß gar nicht, ich bin da nicht so oft, aber ein Crispy Chicken bestellen, der wird eigentlich immer gleich schmecken. Warum? Weil halt einfach klipp und klar festgeschrieben ist, wie lange ist das Ding auf dem Grill, was für eine Soße kommt drauf, wie viele Blättchen Salat und keine Ahnung was. So und das ist halt für den Mitarbeiter wichtig und als Einzelkämpfer bin ich ja die eierlegende Wollmilchsau und ich habe alles im Kopf, ich muss nichts aufschreiben, weil ich habe es ja im Kopf, ich weiß es doch. Und dann gehen viele halt dann an die Sache ran, ist mir persönlich aber auch passiert und halten es für eine Selbstverständlichkeit, dass ich das einmal dem Mitarbeiter gezeigt habe und der muss das dann checken und genau so machen. Ja, und das ist halt ein Trugschluss. Warum die Leute nicht einstellen, gibt es glaube ich zwei Gründe einfach. Die einen haben einen Ping auf Geld, muss ich sagen, ganz eindeutig, dass sie einfach sagen, ja nee, die x-tausend Euro, die sie dann an Gehalt und Nebenkosten zahlen und Urlaub hat er ja auch noch und krank ist er auch noch, die stecke ich mir ein. Also das kostet mich Geld sozusagen. Das kostet mich Geld, genau, ja, das kostet mich Geld und dann mache ich es lieber selber, arbeiten sich dann meistens tot und haben spätestens mit Mitte 50 den ersten Herzinfarkt, wenn nicht früher. Die anderen sind glaube ich welche, die es angefangen haben, aber nicht wussten, was sie tun, denn sie wussten nicht, was sie tun, mal ordentlich auf die Fresse bekommen haben mit Mitarbeitern und dann gesagt haben, nee, mache ich nicht mehr. Lieber weniger Umsatz, lieber langsamer, aber dann mache ich es selber und dann habe ich mein Geld. Und ein Objekt nach dem nächsten. Und eins nach dem anderen oder ich arbeite nur exklusiv oder keine Ahnung, was für ein Bullshit, die sich dann eigentlich einfallen lassen. Mir reicht es doch, ich bin doch zufrieden, so wie es ist, ich muss ja nicht mehr oder keine Ahnung was. Jetzt haben wir ja die gute Botschaft, die sind ja alle da, die Prozesse. Also bei uns, man muss ja eigentlich nur Copy-Pasten, mehr muss man ja eigentlich nicht machen. Man muss ja eigentlich nur übertragen ins eigene Unternehmen und übernehmen. Und hey, mal ganz, ganz, ganz offen, ich muss da auch gar keine Raketenwissenschaft draus machen, im Sinne von überall implementieren, digitalisieren und sonst irgendetwas. Denn am Ende ist es doch eine ganz wirklich Drei-Schritte-Strategie. Es ist eine ganz easy, einfache Drei-Schritte-Strategie. Schau, die Arbeit macht man doch eh selber. Man macht doch die Arbeit. Also das ist doch total, also das Ding aufzupumpen unnötig. Man macht die Arbeit doch eh selbst. Und das ist in jedem Unternehmen der erste Schritt. Ich mache die Arbeit selbst. Der zweite Schritt ist, ich mache die Arbeit, ein anderer guckt zu. Oh, that's it. Ich mache die Arbeit, ein anderer guckt zu. Jetzt kannst du dir natürlich lange überlegen, wie lange soll der zugucken und soll der eigentlich immer zugucken? Oder machst du jetzt einfach mal ein paar crazy coole Videos? Zum Beispiel, indem du das, was du machst, einem anderen das Zugucken erleichtert. Im Sinne von, er kann sich das per Video anschauen, wie eben ein Objekt aufbereitet wird. Oder wie man im Verkauf eine Besichtigung durchführt. Oder wie man ein Telefonat führt und so weiter und so fort. Ist aber ja auch alles mit doppeltem Boden bei uns da. Also überhaupt keine Raketenwissenschaft. Also, ich mache die Arbeit, dann ein anderer schaut zu, während ich die Arbeit mache. Und die dritte Stufe ist, ein anderer macht die Arbeit und ich kontrolliere sie. Und da hört es doch schon auf. Genau da hört es doch auf. Man steigt zu schnell raus. Das ist die Gefahr, finde ich, als angehender Unternehmer. Oder eigentlich ist man es ja in dem Moment noch gar nicht. Dass man zu schnell aussteigt aus dem Thema. Das heißt, man macht die Arbeit, lässt einen anderen zuschauen. Das kriegen, glaube ich, die meisten noch gebacken. Es kommt natürlich auf den Grad an. Was ist für ein Job? Was ist das für eine Position? Was für eine Tätigkeit? Das ist ganz klar. Und dann schauen sie vielleicht einmal, zweimal hin. Und dann geben sie es ab. Das heißt, die schauen dann nicht mehr drüber. Bis dann drei Monate, vier Monate, sechs Monate später, kein Steinchen mehr rollt. Kein Rubel, kein Dollar, kein Euro. Und dann merken sie plötzlich, oh, shit, die Kohle ist weg vom Konto. Ja, was ist denn passiert? Und dann fängt man an, zurückzuschauen, zurückzuschauen. Und was ist da? Weniger Aufträge, weniger Leads. Ja, und dann irgendwann mal kommt man auf den Punkt so, shit. Ich verzeihe seit sechs Monaten keine Flyer mehr. Warum eigentlich? Ja, oder habe irgendwas im Prozess geändert bei der Besichtigung oder whatever. Ganz kleine, interessante Anekdote bei uns dieses Jahr. Wir haben eine neue Mitarbeiterin für die Aufbereitung. Und total ehrgeizig, super. Ja, an der Stelle, falls sie zuhört. Großes Lob, hat sich echt gemausert auf ein halbes Jahr. Mega Wissen angeeignet. Und dieser Ehrgeiz finde ich ganz toll. Aber die konnte innerhalb kürzester Zeit, die wurde angelernt von der anderen Mitarbeiterin, die das vorher gemacht haben. Wir haben das alles auch vorher schön sauber niedergeschrieben. Hat im Großen und Ganzen gepasst. Viele Kleinigkeiten, sage ich mal, die so auf die Schnelle nicht wissen konnte. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Und plötzlich trat das Phänomen auf, dass die Verkäufer angefangen haben, sich regelmäßig über das Exposé zu beschweren. Das heißt, bevor wir online gehen, schicken wir es immer dem Eigentümer, dass er nochmal drüber guckt und wollen eigentlich sein Segen haben, dass er happy ist. Und dann gehen wir in die Vermarktung. Und plötzlich mussten wir die Dinger ständig ändern. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Dann waren ein paar Sachen natürlich dabei, wo man sagt, okay, das war jetzt ein Fehler, hat einer nicht aufgepasst, der Grundriss irgendwie versemmelt oder was auch immer. Und dann habe ich angefangen, danach zu bauen. Was ist das eigentlich? Hatte ich vorher nie. Vielleicht einmal von 150 Fällen. Das war ein Satz. Ein Satz. Ich habe die Sachen immer weggeschickt und gesagt, lieber Verkäufer, hier das wunderschöne Exposé. Ich hoffe, es gefällt Ihnen genauso sehr wie uns. Bitte kurz bestätigen, dass wir online gehen können. Da war in drei Minuten die Bestätigung da. So, was wurde aus diesem Satz gemacht? Lieber Verkäufer, hier das fertige Exposé. Sagen Sie uns bitte, was wir ändern sollen. Hä? Genau. Ja, vom Inhalt eigentlich von diesem Satz dasselbe. Aber der Verkäufer hat sich dann angesprochen gefühlt. Und hat angefangen. Und hat angefangen, das Ding zu zerlegen. Das Foto gefällt mir nicht. Ja, hier der Satz gefällt mir nicht. Dies, das, jenes. Also gerade noch, dass er uns nicht die AGBs irgendwie ändern wollte. Auseinandergenommen hat, ja. Ja, aber das war diese eine Kleinigkeit. Nicht mehr, nicht weniger. Und vor allem schriftlich. Ja, also immer per E-Mail rausgeschickt. So, was habe ich früher immer gemacht? Ich habe die angerufen. Ich habe es rausgeschickt. Hier das Exposé und habe die direkt angerufen. Die haben ja gesagt, passt. Ja, genau. Aber das ist wirklich ein tolles Beispiel. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Beispiel dafür. Mach selber die Arbeit. Dann mach die Arbeit. Ein anderer schau zu. Und dann kontrolliere. Also ein anderer macht die Arbeit und du kontrollierst sie. Und es geht halt nicht anders. Ja, der Punkt ist, es ist dein Unternehmen. Ja, du startest. Und um nochmal auch einen weiteren Fehler. Die Leute, die Unternehmer sind oder die auf dem Weg dahin sind, warten auch viel zu lange, bis sie etwas korrigieren. Also die Kontrolle heißt ja, Kontrolle hat ja das Wort, Kontrolle hat ja mehr als eine Bedeutung. Das bedeutet aber auch, dass ein Mitarbeiter etwas beherrscht, etwas kann und dass es das wiederholen kann in der gleichen Qualität. Und Kontrolle heißt aber auch, zu schauen, ob jemand eine Sache richtig macht, ob er sie richtig ausführt. Und dazu gehört automatisch das schöne Wörtchen Korrektur. Und gerade im Sales-Prozess ist Korrektur eine ganz normale Sache. Und Mitarbeiter, die Probleme haben mit Kontrolle und mit Korrekturen, ja, da hast du Drama im Quadrat. Ja, dann weißt du auch gleich, warum. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe noch eine Frage, Anatolim. Wenn du jetzt heute nochmal neu starten würdest, wann würdest du den ersten Mitarbeiter einstellen? Sobald die ersten fünfstelligen Provisionen, sage ich mal, in einer einigermaßen, also Monatsumsatz, sage ich mal, einigermaßen Regelmäßigkeiten. Okay, warum? Das würde viel schneller gehen. Das würde alles viel schneller gehen, weil, das hast du vorhin ja schon aufgegriffen, ja, die haben Ping auf Kohle, Mitarbeiter kostet Geld. Ganz ehrlich, das ist der größte Bullshit, den man sich überhaupt nur einfallen lassen kann. Der Mitarbeiter kostet dich nur dann Geld, wenn du selber ein Holzkopf bist und ihm es nicht beibringen kannst, was er zu tun hat. Das ist wirklich der einzige Punkt, wenn der Mitarbeiter den ganzen Tag da sitzt und nicht weiß, was er tun soll oder das, was er tut, eben nicht dem entspricht, was du davon haben möchtest. Sobald ich einen Mitarbeiter habe und den auf eine Rolle setze, ob das jetzt Marketing ist oder Social Media oder Vertrieb, Assistenz, Sekretariat, das ist vollkommen irrelevant. Und den sauber einarbeite, produziert der in allerkürzester Zeit, fängt der an, sage ich mal, einzelne Produkte zu produzieren. Jetzt sind wir im Dienstleistungsbereich, das heißt, unsere Produkte sind halt zum Beispiel Stories of Social Media oder Flyer oder eben Exposés oder eben Kaufverträge. Und dann muss man halt einfach mal überlegen, ich kann am Tag acht Stunden arbeiten. Als Selbstständiger arbeite ich in der Regel irgendwas zwischen zehn und 14 Stunden und finde das Leben total bescheuert und ich habe keine Freizeit mehr und ich habe keine Zeit und ich mache hier nur und irgendwie wird das nicht weniger und wird immer schlimmer. Sobald ich aber ein Team von fünf Leuten habe, also der Geschäftsführer plus eben die fünf Leute, die arbeiten am Tag acht Stunden, fünf mal acht macht 40. Das heißt, eigentlich schaffen wir an einem Tag die Arbeit, was ein Einzelner in der Woche schafft. Und da kann mir aber keiner mehr erzählen, die kosten Geld. Das ist einfach Produktion, da werden Produkte geliefert und das bringt schneller Geld, weil alleine brauche ich für eine Aufbereitung von der Immobilie, sage ich mal, wenn ich echt gut bin und schon alles da ist an Unterlagen und Co., bis ich den Fotografen dahin gelotst habe und dies und das und andernas, sage ich mal, ich bin da schon eine Woche verräumt. Also wenn ich es cool machen will, bin ich eine Woche verräumt mit einer Aufbereitung. Das heißt, in dieser Zeit kein Marketing, in dieser Zeit keine Akquise, in dieser Zeit keine Einkaufstermine. Und wenn, dann irgendwie nur stiefmütterlich und keine Zeit für die Bewertung. Das ist ja eigentlich die Falle, die es ist. Man fängt halt an, irgendwie rumzutricksen. Man sucht die Abkürzung, ach, das muss ich gar nicht so ausführlich machen. Machen wir mal schnell die Bewertung, der unterschreibt schon. Der war doch so sympathisch im ersten Termin. Ja, der unterschreibt tatsächlich im zweiten Termin. Ja, aber der Haken an der Geschichte, was unterschreibt er denn? Einen Vertrag zum Verkauf einer Immobilie, die zu diesem Preis nicht verkaufbar ist, weil du nicht hingeschaut hast. Genau. Weil du keine Zeit hattest, keine Lust hattest oder was auch immer und nicht hingeschaut hast. Und dann geht aber das Drama los. Dann fängt dieser Verkäufer an, Stress zu schieben. Ja, warum wird meine Immobilie nicht verkauft? Du bist dann gestresst, fängst an wiederum bei der anderen Immobilie, die eigentlich gut läuft, auch wieder abzukürzen. Prüfst die Finanzierung nicht, keine Ahnung. Man kann so viele Sachen machen oder falsch machen am Ende des Tages und dann bricht das Kartenhaushalt irgendwann zusammen. Und dann fängt man wieder an zu sagen, der Krieg ist schuld, die Zinsen sind schuld, die ganze Welt und die Leute werden immer blöder. Und am Ende des Tages ist man der Einzige, der da eigentlich Scheiße gebaut hat. Was ist oder sind deine Top Learnings in 2023? Meine Top Learnings in 2023 sind tatsächlich, dass ich, ich würde nicht sagen aufgegeben, aber ich habe eine Phase gehabt, wo ich nicht mehr den Anspruch hatte, täglich besser zu sein. Also morgen besser zu sein als gestern oder heute besser zu sein. Okay, also einfach Entwicklung. Das ist wirklich die Entwicklung und auch da den Fokus drauf zu haben. Das zweite Top Learning ist, wenn irgendwas kacke läuft, immer wirklich nach der Ursache zu suchen. Was war es genau? Nicht das, was ich jetzt sehe, sondern wo ist die Ursache? Also echt den Fehler zu finden, also wirklich schon nicht schnell irgendwie irgendwelche Trouble-Lösungen zu machen, sondern erstmal echt einen Fehler zu suchen, genau zu analysieren, genau hinzuschauen. Und dazu gehören natürlich auch am Ende des Tages mal die Eier auf den Tisch zu legen und in den Spiegel zu gucken und bei sich selber mal anzufangen. Ganz klar, als allererstes. Und das dritte ist tatsächlich, was das Thema Mitarbeiter angeht, ich muss denen auch, der ihr eigenes Leben lassen faktisch und ihr eigenes Sein, die werden nie zu dem, was ich bin, sage ich mal. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und das kann ich von denen auch gar nicht erwarten, weil, ich sage es mal so, wenn sie so wären, bräuchten sie mich ja nicht in aller Regel. Ja, absolut. Das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt deswegen mit irgendwie schlechten Mitarbeitern schlechter Qualität oder irgendwas zufriedengeben muss, ganz und gar nicht. Aber ich muss halt einfach mehr die Leute an die Hand nehmen, denen ganz klare Prozesse und Richtlinien aufsetzen. Und das fängt halt leider wirklich bei Adam und Eva an. Von Alpha bis Omega muss halt alles durchstrukturiert werden. Genau. Und ja, es ist Arbeit. Und ja, es ist viel Arbeit. Aber die macht man halt einmal und hat sie halt sehr, sehr lange hinterher. Und dann läuft der Laden auch. Und dann macht es auch mehr Spaß. Ja, dann macht es auch mehr Spaß. Und das größte Learning, glaube ich, von allen ist, ich habe da so eine Phase gehabt, wo Sachen vielleicht nicht ganz rund gelaufen sind. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, die müssen das lösen jetzt. Ja, und ich sehe schon, wir fahren mit Vollgas. Da vorne ist die Wand, ja, und wir fahren da mit Vollgas drauf zu. Und ich sage, nee, nee, die müssen das lösen. Ich bezahle die ja dafür. Ja, und das ist so dumm. Das ist so maximal dumm, ja, dass es nicht mehr feierlich ist. Aber die Frage ist ja, warum ist es dumm? Man muss selber einfach wirklich schauen, sind die, ist die Firma oder sind auch die Mitarbeiter in so einer Gefahrensituation? Ja, also wo sie einfach Trouble haben. Und dann, Trouble heißt immer hingehen und entsprechend das Ding in die Hand nehmen. Das ist der Punkt. Man muss die Verantwortung übernehmen, es in die Hand nehmen, es in Ordnung. Weil, wenn ja Trouble kommt, dann hat es ja einen Grund. Und der Grund, warum Trouble kommt, ist immer, dass Leute am Werk sind, die das, was sie tun, nicht verstehen. Sonst würde kein Trouble kommen. Wenn Experten am Werk sind und die verstehen ihr Handwerk, kommt kein Trouble. So wie bei uns Immobilienverkauf funktioniert. Oder zumindest, wenn ich es mache. Nein, Spaß. Also wenn es unsere Leute so machen nach dem Prozess, dann funktioniert es ja. Also kommt kein Trouble. Trouble kommt immer dann, wenn Leute eben handwerklich nicht versiert sind oder eben einfach die Prozesse nicht einhalten. Und diesen Trouble, den kannst du nur beheben, indem du draufgehst und hinschaust, was hat den Trouble verursacht, dann den Trouble in Ordnung bringst und im letzten Schritt dafür sorgst, dass der Trouble nicht nochmal wiederkommt. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Oder? Ja, das ist das Ding. Okay, coole Learnings auf jeden Fall. Ich hatte auch ein paar Learnings. Auf jeden Fall ein krasses Learning war definitiv einfach, wenn, also Vertrieb. Im Vertrieb, du musst immer weiter Leute rekrutieren. Immer weiter. Du darfst einfach nicht aufhören. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, weil Mitarbeiter können krank werden. Mitarbeiter können versagen. Mitarbeiter können keine Lust mehr haben, was auch immer. Oder man stellt fest, es ist doch nicht der richtige Job für sie. Und du kannst es halt nur im Griff haben, wenn du selber drauf bleibst, wenn du das selber sozusagen weiter bewegst, das Spiel. Nächstes Learning ist immer weiter in Creation bleiben. Immer weiter in Creation bleiben, weil das ist einfach cool, wenn du einfach im Modus bleibst, deine Firma wirklich zu kreieren. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, seine Firma permanent zu kreieren. Das macht ja auch viel mehr Spaß, als Bände zu löschen. Ja, das ist aber ja auch nicht nur im Business so, das ist ja auch privat so. Also das heißt, ob das jetzt Beziehungen sind oder Freunde sind, einfach weiter immer kreieren. Und das gilt auch für den Mitarbeiter, weil seinen Job, seine Rolle kreiert er ja auch. Also das ist ja auch etwas, wo er aufgeht in dieser Rolle, halte ich für ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und drittens, und das ist eigentlich mein Hauptlearning, egal wie scheiße etwas läuft, Kommunikation ist die Lösung. Mehr und niemals weniger. Mehr Kommunikation ist besser als weniger Kommunikation. Ja, und geh auf die Dinge drauf, sprich die Dinge an, lerne zu kommunizieren, egal ob mit einem Kunden, egal ob mit einem Mitarbeiter, egal ob in privaten Beziehungen. Lerne einfach immer weiter zu kommunizieren. Und wenn es dir nicht gelingt oder wenn es dir mal schwer fällt, dann hast du einen sehr schönen Wachstumsbereich. Definitiv. In diesem Sinne, ich danke dir, ich wünsche dir schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2024. Ich habe ja keine Bedenken, du bist ja bei mir, wir arbeiten ja zusammen, also insofern werden wir das gemeinsam rocken in diesem Sinne. Alles Gute. Danke.